Hallo, in diesem Video nur ganz kurz eine Information, eine aktuelle Entwicklung zu ACTA. Wir haben ja schon zu ACTA einige Videos gemacht und im Grunde ist ja der Tenor, dass das Ganze absolut unmöglich ist. Jetzt hat sich jetzt was entwickelt und hier jetzt eben ganz kurz. ACTA kennen Sie ja bereits und ist von der Handelskommission der EU mit ausgearbeitet worden. Damit allerdings die verschiedensten Abgeordneten des Europaparlaments das Ganze überhaupt verstehen, haben sie quasi einen entsendet, einen aus ihren eigenen Reihen, der quasi mitmachen soll, um es dann am Ende den Abgeordneten des Europaparlaments zu erklären. Kader Aref ist der Abgeordnete, er kommt aus Frankreich und hat eben die ganze Geschichte bis jetzt verfolgt und ist vor kurzem zurückgetreten und hat nach Rücktritt ein Statement abgegeben, das ich jetzt hier einfach mal nur vorlese, denn es spricht für sich selbst. Und Link finden Sie natürlich auch in der Beschreibung. Ich möchte den gesamten Vorgang, der zur Unterzeichnung dieses Abkommens geführt hat, auf das Schärfste anprangern. Keine Einbindung einer Nichtregierungsorganisation. Mangelnde Transparenz von Anbeginn der Verhandlungen an. Wiederholte Verschiebungen der Unterzeichnung des Abkommens, ohne dass je eine Erklärung dafür abgegeben wurde. Das Ignorieren der Forderungen des Europäischen Parlaments trotz mehrerer Beschlüsse unserer Versammlung. Als Berichterstatter dieses Textes habe ich noch nie solche Manöver des rechten Flügels dieses Parlaments beobachtet. Mit einem beschleunigten Vorgang wurde das Abkommen verabschiedet, bevor die Öffentlichkeit alarmiert werden konnte. Dadurch wurden dem Europäischen Parlament die Rechte genommen, seine Meinung auszudrücken und die berechtigten Forderungen der Bürger und Bürgerinnen als Argument vorzubringen. Jeder weiß, dass ACTA Probleme mit sich bringt. ACTA wirkt sich auf die Freiheit der Zivilgesellschaft aus, auf die Verantwortlichkeit von Internetanbietern, auf die Herstellung von generischen Medikamenten, Generika und auf den Schutz unserer geografischen Daten. Dieses Abkommen kann schwerwiegende Konsequenzen für das Leben der Bürgerinnen und Bürger haben und trotzdem wird alles unternommen, um das Mitspracherecht des Parlaments zu unterwandern. Heute, als Verantwortlicher für diesen öffentlichen Bericht, wünsche ich daher ein Zeichen zu setzen und alarmiere hiermit die Öffentlichkeit über diese inakzeptable Situation. Ich werde an dieser Maskerade nicht teilnehmen. Dem kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen und insoweit muss also jetzt jedem klar sein und vor allen Dingen auch jedem Abgeordneten des Europäischen Parlaments, dass, wenn das unterstützt wird von einem Abgeordneten, dass der Abgeordnete damit auch gleichzeitig die undemokratische Vorgehensweise unterstützt. Bleibt also als Fazit zu sagen, wir wussten alle, dass ACTA richtig schlimm ist, allerdings, dass sich quasi der Berichterstatter aus Frustration frühzeitig zurückzieht, das zeigt dann nochmal ganz brutal, wie es Schlimmes wirklich ist. Insoweit hier jetzt nochmal, Link finden Sie auch in der Beschreibung. Unser Aufruf, befragen Sie die europäischen Abgeordneten nach deren Meinung in Bezug auf ACTA und vielleicht sogar aktualisieren Sie diese E-Mail nochmal extra auf diesen Umstand mit Kader Aref, der ja jetzt zurückgetreten ist. Da muss einem schon eine richtig gute Ausrede einfallen, warum man das als europäischer Abgeordnete jetzt noch unterstützen würde. Also ACTA. Okay.